Musik Mehr für die Fitness tun. Guter Vorsatz fürs neue Jahr, der hier umgesetzt werden kann. Das Alptschirm Fitness Center der Rupertus-Therme in Bad Reichenhall. Gepflegt und immer auf dem neuesten Stand, Training mit Stil und Betreuung. Bei uns im Alptschirm Fitness Center haben wir moderne technische Geräte, eine individuelle Trainingsprogrammgestaltung mit einem Trainer vor Ort für die besten Voraussetzungen, um seine Ziele zu erreichen. Die Besonderheit bei uns vor allem im Alptschirm Fitness Center ist es, dass man nach dem Training für 120 Minuten in die Therme und Sauna kann zum Entspannen nach dem Training. Das ist einzigartig. Nach dem Training in die Therme. Sensationell. So sensationell wie das Angebot, das das Alptschirm zum Start des neuen Jahres bereithält. Bei uns im Januar startet eine große Auktion für das kommende Jahr. Und zwar in der ersten Januarhälfte spart man sich 308 Euro. Man bekommt einen Wertgutschein von 100 Euro. Die Aufnahmegebühr entfällt. Die erste Monatsgebühr ist gratis. Und in der zweiten Januarhälfte spart man sich das gleiche um die Hälfte. Das heißt, man bekommt einen 50 Euro Wertgutschein. Und die Aufnahmegebühr und der erste Monat ist um 50 Prozent reduziert. Das ist ein optimaler Start in das neue Jahr. Wenn das kein Angebot ist, die Gelegenheit beim Alptschirm einzusteigen. Wo sonst gibt es schon ein Fitness Center mit angebundener Therme. Am besten gleich informieren und anmelden.